Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen auf dem Server Mindplex und ich hoffe, es geht euch gut. Oh geil, 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 geil. Jetzt können wir, dürfen wir nicht sterben, jetzt dürfen wir echt nicht sterben. Und noch Schuhe. Danke. Everybody's down now. Oh, 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 oh. Everybody's down now. Vielleicht ist da unten noch jemand. Scheiße, ich hab auch schon einen Eisenhelm. Schade. Oh nice, wer lässt einfach so ein Schwert da drin liegen. Okay, gut. Wir haben echt gute Chancen. Wir haben echt gute. Gut. Renn weg. Ich werde eindeutig besser gerüstet. Deswegen ziehe ich das auch schnell an. Wir haben einen Eisenhelm verzaubern. Scheiße. Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Okay, Leute. Ab in die nächste Runde. Und hier, ich mach's kurz keinen Cut, dass ihr mal hier seht, wie das schön aussieht. Und wenn man richtig, der Sauber richtig voll ist. Guckt mal, schon in 10 Sekunden geht's hier los. Und man hat auch am Anfang ein paar gute Sachen. Ja, und ihr könnt euch mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch sagen soll, wie die Server-Ausse heißt. Ich sag's euch jetzt mal. Hypixel.net, glaub. Keine Ahnung, ganz genau. Ich guck und dann schreibe ich mal in die Kommentare. Okay, zack. Stirb, stirb, stirb. Oh, da haben wir aber Glück, dass wir den getötet haben. Hätte nämlich besseres Zeug. Okay. Nichts Opfer, auf der nicht, Leute. Okay. Warte. Ja, der hat was. Na, na, Kollege. Wir bekommen die Iron-Off 2. Die sind grad nicht dabei, die sind grad nicht dabei, die sind grad nicht dabei. Ich bin schnell, 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 schnell. What the heck? Sich halt alle töten. So dumm, ey. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das war halt ja wahrscheinlich die letzte Runde. Und Leute, das war die letzte Runde noch mit dem Sieg. Ihr habt ja gesehen, in der ersten Runde waren wir gar nicht so. Aber wir haben es jetzt geschafft, den Sieg, was wir wollten. Also Leute, ich sag tschau.